Ich will nur reden und ich will ehrlich antworten. Hast du irgendeine Ahnung, was da draußen los ist? Ich werde dir und deiner Familie helfen. Vielen Dank nochmal, dass wir hier wohnen dürfen. Ich muss noch ein paar Sachen erklären. Wenn wir tagsüber mal rausgehen, dann mindestens zu zweit. Nur zur Sicherheit. Die rote Tür ist der einzige Weg ins Haus. Sie bleibt immer zu und verriegelt. Ohne Ausnahme. Ich habe die Schlüssel. Das sind die einzigen. Das Wichtigste ist... Was hat er gesehen? Schon okay. Geh du rein. Wir gehen nachts nie nach draußen. Die Tür war schon offen? Ja. Wer hat sie dann aufgemacht? Sie sind krank. Nimm deine Maske ab. Hier ist niemand krank. Trau niemandem außerhalb deiner Familie. Du checkst es nicht. Wie alt bist du, Travis? Wenn sie krank sind, dann bin ich es auch. Wenn du mich anlügst, bringe ich dich auf. Die Maske ab. Die Maske ab. Du bist nicht krank. Die Maske ab. Die Maske ab. Die Maske ab. Die Maske ab. Die Maske- Die Maske ab. Vielen Dank.